Mein erstes Jahr, das war sehr spannend und sehr turbulent und ich bin in einer Zeit ins Parlament gekommen, wo wirklich ganz viele Themen brennen, wo man sagt, hier sind wir gefordert als Politikerinnen und Politiker und hier kann man so einen Beitrag leisten. Gerade in den Ausschüssen, man merkt, die kleinen Schritte, die sind es. Die großen Schritte, die passieren nicht über Nacht, aber die kleinen Schritte sind es. Und wenn die Leute fragen, ja gerade bist du eine Imsterin. Da denke ich mir, ja, ich bin eine Imsterin, bin eine Tirolerin, bin eine Österreicherin, bin aber auch eine EU-Bürgerin und ich bin stolz, dass ich Europäerin bin und weiß aber auch, wo meine Wurzeln sind. Wenn ich mir oft bei Diskussionen auch anschaue, wie Leute miteinander umgehen oder wie mein Zugang zu einem Thema ist, da denke ich mir, ist es halt ein anderer als von einem Berufspolitiker. Mir ist es wichtig, dass man sich wirklich zusammensetzt und miteinander redet und dass man auch Gegensätze anerkennt und dass man auch sagt, okay, das, was sie gelten, du denkst anders und trotzdem Kompromisse findet. Und deshalb sind Quereinsteiger ganz, ganz wichtig und ich fühle mich auch wohl als Quereinsteigerin. Und wichtig ist, dass man die Vielfalt auch in der Politik lebt, die man sonst hat. Und da braucht es alle dazu. Dass unser Handel wertebasiert sein muss, das hat man wirklich jahrelang vernachlässigt. Und beim Handel ist es einfach wichtig, dass man drauf schaut und das ist jetzt auch mein großes Anliegen, dass der soziale Bereich mehr gestärkt wird und dass es mehr Sicherheiten gibt. Es braucht eine Sicherheit für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Es braucht aber auch eine Sicherheit für die Konsumentinnen und Konsumenten. Es braucht auch für unsere Umwelt eine Sicherheit. Und diese Standards, die sind jetzt in diesem neuen Handelsabkommen auch Thema. Und da müssen wir auch dafür eintreten, dass sie nicht sinken. Wenn man jetzt nicht beginnt und ansetzt, dann wird das in Zukunft nur noch sich alles verschlimmern. Die Arbeitslosigkeit hat schon eine hohe Quote erreicht. Auch die Jugendarbeitslosigkeit. Und es braucht einfach für die Menschen wieder eine Perspektive. Und hier muss man diese Gerechtigkeit einfordern und auch Möglichkeiten schaffen. Und das ist eigentlich Ziel der Politik. Und deshalb bin ich auch so stolz, dass ich bei den Sozialdemokraten sein kann. Weil genau für solche Leute müssen wir eintreten. Genau für solche Leute müssen wir unsere Stimme erheben. Und solche Leute müssen eine bessere Chance bekommen. Mithelfen und die Welt doch ein wenig verändern. Das war mein Ziel und das ist es immer noch.